Hier liegen jetzt zwei Kreuzer, also es dürfte nichts mehr passieren. Ja, ja, da ist ein Aktivität, ich seh's grad. Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Phasmophobia. Wir sind wieder in Edgefield unterwegs, auch fortgeschritten, weil Albtraum ist ein Albtraum. So, erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustandswert von unter 25%. Bringen Sie den Geist dazu, eine Kerze auszublasen, finden Sie übernatürliche Ereignisse IMF-Reader. Ja, das mache ich wieder. Sie hat sogar einen leichten Namen diesmal, sie heißt Helen. Achso. Helen Martin. Hast du die Katze gehört? Helen. Ja, Helen. 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 Ne, ist nur ein Hill. Die heiße halt trotzdem Helen. Ich hab noch nie das Wort Helen gehört. Helen. Warte mal kurz, ich lass die mal raus. Sonny wieder, ne? Ja. So, zurück. Ohne Gequake. Ich hab hier, äh, ich hab jetzt Kamera, Thermometer und Taschenlampe. Ja, ich hab jetzt IMF, ähm, Box und ne Taschenlampe. Oh, passt, ne? Oh, passt, ne? Hast du den Schlüssel? Ja. Okay. Hast du keinen Haus zur Schlüssel? Nein. Wir müssen dir mal einen nachmachen lassen. Na, du sei mal ruhig, der sein hier steht. Wo war denn der Sicherungskasten noch mal? Äh, hab ich nicht geguckt. Geil. Ich auch nicht. Im Keller. Woher weißt du das? Weil er nicht in der Garage ist. Helen. Helen. Gib mir ein Zeichen. Nein, gib mir ein Zeichen. Mir. Wo bist du? Ich bin ja sehr unfair. Ey, so geht ein... Im Flur das... Ah, jetzt. Helen. Dein Messer. Helen. Helen, bist du hier? Helen, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Please. Ah, ich hab das Reacher-Brett. Ich hatte hier gerade nur 12 Grad. 15. Ich hab das Reacher bei... Wie heißt das? Reacher? Ja. Helen, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Helen. 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 Es könnte sein, dass sie hier unten wieder ist. In dem großen Bereich. Weil ich hab hier 14 Grad. Das sagt doch nichts. 14 Grad ist doch nichts. Ja, aber sonst... Hier oben zum Beispiel haben wir 21 Grad. Aber die Türen sind auf. Helen. Helen, bist du hier? Wie viel nochmal mit Nachnamen? Gib mir ein Zeichen. Martin. Helen Martin. Helen. Das ist überhaupt kein Name. Überall so um die 15 Grad. Helen? Wo bist du? Helen. Ich geh mal kurz in den Kader. Bist du hier? Nix. Nix. Bist du hier? Helen? Bist du im Schlafzimmer? Also unten im Keller ist auch nix. Helen? Da ist ja wieder dieses Kackhaus hier. Hier oben ist ein Knochen. Ja. Helen, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hallo? Schöne Scheiße. Sie ist hier im... Ganz hinten durch. Blaues Schlafzimmer. Wird der Raum dazu? Ja. Badezimmer könnte mit dazu gehören. Könnte, muss nicht. Helen? Schmierklodeckel um. Saramo. Helen? Wo versteckst du dich? Äh? Wo bin ich denn? Oh, ich bin im Schrank. Sie hat das Licht schon wieder alles im Markt. Ja, ich mache an. Ja, dann gehe ich wieder drauf. Es war so klar. Es wäre so lustig. Bist du hier? Helen? Sprich mit mir. Bist du da? Wo bist du? Das gibt's doch nicht. Ich gehe runter und es ist direkt Aktivität. Gleich mal Kreuze mitnehmen, wa? Halt es eh rum. Oh, pissig. Sie, die... Ich will wieder... Das ist total unfair. Ich habe sie nicht gesehen. Die kam aus dem Badezimmer. Die kam aus dem Badezimmer. Das ist sehr gut. Und die hat mich... Die hat mich... Angehaucht. Nee, es ist nicht. Das war widerlich. Hier liegen jetzt zwei Kreuze. Also es dürfte nichts mehr passieren. Ja, ja, da ist Aktivität. Ich sehe es gerade. Und? Bist du? Nein, aber... Ich glaube, ein kleines Mädchen ist da langgelaufen und hat mich verfolgt. Ja, eh, ey. Das war echt eklig, ne? Aber ich sehe hier, dass... Also irgendwie... Wir müssen... Ja, okay. Ich habe Dotz-Projektor, nehme ich jetzt mit. So. Ah. Und Buch, Fingerabdrücke, was nehme ich mit? Fingerabdrücke. Ich würde das Buch erst mal mitnehmen, oder? Ja, Fingerabdrücke lassen sich leichter erkennen. Ähm. Mann, ey. Ist irgendwas au... Ah, die hat irgendwas aufgedreht. Die Dusche. Ah, toll. Helen, bist du duschen? Ich habe mal ausgemacht. Wir haben Fingerabdrücke. Ja. Was habe ich noch? Ah, ja. Dotz-Projektor. Helen? Was für das? Wir können die Kamera hochholen. Wir haben dreckiges Wasser. Lässt du mich allein? Okay, die Kreuze leben noch. Können wir erst mal groß Fotos machen, ne? Reacher-Brett. Reacher-Brett. Sehr aktiv, ne? Ja. Wasser ist auch wieder an. Okay. So, ich nehme jetzt eine Kamera mit. Und noch einen Dotz-Projektor fürs Bad. Äh, willst du das... Ja, Buch, ne? Und Box. Guck mal. Eben. So. Kamera. Warte mal. Die waren... Die Hand war hier vorne. Was ist denn das für ein Geräusch? Quatsch, die da draußen? Also, wir brauchen... Gefriertemperatur. Äh... Was war denn das noch? Äh... Dotz? Ja, einen Dotz-Projektor habe ich noch ins Bad gepackt jetzt. Kannst du noch ein... Das Buch ist raus. Ja, Buch ist raus. Es ist, glaube ich, ähm... Ich habe hier gequem Gefriertemperatur, IMF und Dotz. Okay. Gefrier-IMF-Dotz-Dotz-Projektor steht hier. Die kamen aus dem Badezimmer, ne? Das ist ja auch die meiste Aktivität. Dann packe ich die Kamera um. Dann brauche ich nur noch mal eine hochholen. Ja. Gefriertemperaturen sollte ich eigentlich sehen. Ja, wenn die wieder krabbelt, ne? Ist die Kamera so gut? Ja, müsste so reichen eigentlich. Okay, IMF... ...2. Weg. 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 Gefrierst du nicht, ne? Ne, bis jetzt nicht. Ich habe eben noch mal IMF geguckt, aber ich kriege nur IMF 2. Wäre cool, wenn man das hier irgendwo ablegen könnte. So, da kann man es gut sehen. Temperatur. Helm? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen, Helm. Helm Martin? Helm? Ist hier jemand? Jasmin? Jasmin? Bleibt im Plusbereich. Also IMF oder... ...DOTS. Guck mal, hier war ja nix. Wie müsste ja denn IMF sein? Oh Gott! Deswegen... ...die war ja genau vor mir. Die war ja, die war ja genau vor mir. Ich habe mich erschrocken. Hab dich bis hier gehört. Ich habe mich dezent erschrocken. Hab ich gehört. Ich habe eine Interaktion fotografiert. Sie war genau vor mir, aber ich habe sie nicht erwischt. Okay, ich habe hier nix gesehen. Vielleicht doch Temperatur. Nee, die bleibt im Plusbereich. Also ich denke mal, es könnte... Oder das ist DOTS. Oder IMF. Aber IMF geht ja immer nur auf 2. Ja, aber DOTS hätten wir doch auch schon gesehen. Ja, wenn du die ganze Zeit da rumgeierst oder rumeierst, bestimmt nicht. Wo war das? Helen? Was? Ich bin am Arsch. Das war komisch eben. IMF 4? Dann ist es IMF 5. Er ist jetzt auf? Ja. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Mein Kreuz hat mich nicht beschützt. Und ich bin in der Wahre, Wahre. Ja, ich steige dem Himmel empor. Okay, warte. Beweise IMF 5. Eindeutig Obake. Ah, jetzt bin ich gestorben, ey. Das ist so ärgerlich. Das Kreuz ist noch in Ordnung. Ey, das auch. Die hat den Raum gewechselt, die Hexe. Das Reacher-Brett nicht fotografiert, habe ich in den Knochen eingesteckt. Oh, Kamera. Was finde ich denn jetzt hier drin? Ich habe noch alle Beweise. Jetzt wird wieder Lichter ausgemacht. Genau. Dann ist wieder das ganze Equipment weg. Ach, das Reacher-Brett. Oh, gut mitgedacht. Okay, und jetzt raus. Wir haben unsere Beweisbilder. Komm. Beug mir einfach. Bist du noch hinter mir? Komm nach draußen. Okay. Was machst du da? Wir verduften. Nein. Komm, wir hauen ab. Helen? Nein. Helen? Ich halte das für eine dumme Idee. Wenn du aufstürfst, ist alles weg. Es ist alles weg. Lass das. Geh raus. Helen? Nein. Helen, sie meint das nicht so. Bleib ruhig da, wo du bist. Geh raus. Geh raus. Helen? Nein. Kannst du dich zeigen? Nein, kann sie nicht. Geh nach Hause. Geh weg. Jetzt hau doch mal ab hier. Helen? Oh nein. Geh nochmal. Martin. Helen? Martin? Guck mal, ein Foto von meinem Hund. Oh, du Arschloch. Mann, hab ich mich erschrocken, du Penner. Oh, das Gesicht hätte ich gern gesehen. Helen? Helen Martin? Mrs. Martin? Die ist ins Licht gegangen. Geh einfach nach Hause. Ich wollte ein Foto. Nein, geht nicht mehr. Die ist oben im Himmel. Ich habe schon ein Foto gemacht. Was? Du Arschloch vom Geist. Yes. Drei Sterne. Habe ich mich ja gut geoppert. Und was willst du denn noch hier? Geh weg. Geh zurück in die Base. Nein. Ach, komm, hör doch auf. Ja. Hm. Hä? Kannst nicht nehmen. Ach, das kann ich nehmen. Gute Idee. Komm. Wo läufst du denn hin? Was erhoffst du dir? Oh nein, sie würde Cress mit der Kerze noch machen. Ja, los. Frag mich, wie es geht. Ich habe was gehört. Du musst laufen. Das funktioniert nicht. Die kommt nicht hier runter und pustet die Kerze aus. Nein, nein. Das geht nicht. Helen? Also die Kreuze leben beide noch. Aber die haben mich ja auch nicht beschützt. Die muss ja... Oh Gott. Das bin ich. Im F2. Helen? Weil ich höre sie aber... Ah. Okay, das war das Handy. Zeig dich. Nein, Helen. Zeig dich nicht. Oh mein Gott. Diese Leiche steht so kacke. Voll nachdenklich. Hm. Wie wurde dieses Busch-Brause wohl montiert? Helen? Das kann ich hier nehmen. Aha. Wo bist du? Jetzt bin ich fertig. Gib mir ein Zeichen. Mal gut, Pella! Zeichen zum Verduften. Zeichen zum Verduften. Was war das? Hat es geflackert? Kann ich die auspusten? Martin? Brauche ich dein Bild. Ich brauche mein Equipment. Ist mein sowieso weg? Weil ich bin ja gestorben. Oh, das wäre so schade. Oder wenn einer überlebt, dann bleibt das noch. Das weiß ich gar nicht. Hallo? Hallo? Das hat nicht funktioniert. Geh... Ma... Miss Martin? Die ist nicht da. Komm hier. Guck mal, eine Tasse. Seid du da? Guck doch mal, eine Tasse. Ach man, mir ist doch scheißegal. Ich fahre jetzt nach Hause. Ja! Guck doch mal. Guck mal, ich gebe dir ein Zeichen. Hallo? Guck mal, guck mal. Nein! Wo willst du hin? Warum? Eine Mücke. Ellen! Hallo? Ellen, guck mal, die Herzen aus. Oh, ich bin so übermächtig. Der Herrscher des Lebens. Missis, fahr doch einfach zurück. Guck mal, da ist der Weg. Hallo? Hörst du das nicht? Wo ist meine Tasse? Komm hier, komm. Ach ja, Leute, von heute. Ich gehe weg. Ey, gerade ist das halt so. Ich will nicht noch drauf gehen. Was willst du? Dass du fährst. Hä? Drückt da drauf. Hä? Oh Mann, ey. Ja, gut gemacht, du. Es ist... Lass den Kopf, ich kann es nicht mehr werfen. Obake. Passimo. Oh Kake. Ja, ein Obake. Wer hätte es gedacht. Ja. Ich. Ich habe mich für das blöde Geisterfoto noch geopfert. Was wolltest du da noch? Die Kerze. Das war eine Aufgabe. Habe ich jetzt eigentlich meine Sachen verloren? Ja. Ich wollte, dass sie die Kerze ausboostet. Okay, wenn ich sterbe und du abhaust, verliere ich trotzdem alles. Ich dachte, wenn einer überlebt, dann behält man das. Ja, ja. Deswegen musste ich die ganze Zeit drauf gehen, ey. Kann ich nur mal für einen Taui bezahlen. Alles klar. Ey. War auf jeden Fall eine witzige Runde. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschau. Tschüss.